14. Dezember 14. Dezember 15. 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 Dezember sogenannte Cane, in gleiche Länge geschnitten, dann ein Docht hineingezogen und das Ganze mit dem gelben Wachs wilder Bienen ausgegossen. Allerdings konnte man die Form nicht wieder entfernen, aber das schadete auch nichts. Das Material war wertlos, und mit einem scharfen Messer gelang es leicht, das Schilf oder Rohr in seinen Streifen von den so gegossenen Wachslichten abzuschälen und diese dadurch vollkommen herzustellen. Ebenso fehlte es an einem Konditor in Point Coupé, um den Baum zu füllen, aber auch das wurde überwunden. Die Hausfrau bug dünne Kuchen, diese schnitten wir in alle möglichen Formen und hatten die Genugtuung, an dem heiligen Abend die Kinder den aufgeputzten und mit Lichtern besteckten Baum unter lautem Jubel umspringen zu sehen. Ich habe trübere Weihnachten erlebt. Drei Christtage hintereinander lag ich in den wilden Wäldern von Missouri und Arkansas, einsam bei meinem Lagerfeuer, aber stets suchte ich mir dann einen Nadelholzbaum, unter dem ich mein Feuer entzündete, und wenn es auch in der einen Nacht vom Himmel herunterschüttete wie mit Mulden, wenn auch in einer anderen Schnee den Grund deckte und die kleinen Eiszapfen wie Zuckerwerk von den Zweigen niederhingen und in dem Glutenschein meines Feuers blitzten und funkelten, im Geist war ich doch daheim bei den Lieben, und ich hätte die Nacht nicht um das wärmste, trockenste Lager missen mögen. Ein Weihnachten verbrachte ich in Batavia, aber auch dort wissen sich die Deutschen und mit ihnen schon manche holländische Familien zu helfen. Ein Weihnachtsbaum muss beschafft werden, ob er nun aus Taxus oder einem anderen ähnlichen Stamm hergestellt wird. Die Zweige sind störrisch, aber man stützt sie mit Bambusstäbchen, dass sie die Lichter tragen, und abends funkeln sie doch selige Erinnerungen in die Herzen der Eltern und Jubel in die der Kinder hinein. In Lima verbrachte ich eine andere Weihnacht. Trostloses Land, in dem kein Regen fällt, kein Baum gedeiht. Dort gab es keine Bäume, auch fast keine deutschen Familien, und die einzige Erinnerung war Sonneberg und Nürnberger Spielzeug, das auf der Platze von Lima von Indianern und Mulatten feilgehalten wurde, während ringsumher angezündete Lichter den Baum ersetzen mußten. Ein Weihnachten verbrachte ich in der Südsee auf einem Walfischfänger. Trauriger Heiliger Abend. Wir trieben mit halbgereften Segeln draußen auf dem Ozean umher. Es gab keinen Baum und keine Lichter. Nur eine trübe Öllampe brannte in der Kajüte, und dort wurde ein steifer, vorn im Vorkastell bei den Matrosen ein schwacher Grog gebraut. Das war der ganze Weihnachtsjubel. Die einzigen Bäume, die wir dort hatten, waren die Mastbäume, und alles, was daran hing, der Ausguck, der sich den ganzen Tag umsehen mußte, ob er keine Fische erspähen könne. Besser war es in Mexiko, wo ich das letzte Weihnachten verbrachte, und zwar in der Hauptstadt des Landes. Der dortige Christmarkt versetzt uns im Nu in die Heimat. Man kann sich kaum denken, dass man sich dort unter den Tropen befindet, denn ein solcher Wald von Fichtenbäumchen ragt überall empor, und zahlreiche Buden mit Zuckerwerk, wie die tausend verschiedenen kleinen, oft sehr originellen Spielsachen, werden überall in Buden feilgeboten. Die Hochebenen von Mexiko sind aber auch unseren Nadelhölzern besonders günstig, und sie gedeihen mit außerordentlicher Üppigkeit. Ich habe wirklich in meinem Leben keine schöneren und regelmäßiger gewachsenen Fichten gesehen, wie gerade in Mexiko, und wie prachtvoll werden sie dort von den Deutschen aufgeputzt. Auch das kann ihnen nichts von ihrem Reiz nehmen, dass statt vergoldeter Äpfel vergoldete Bananen und Granatäpfel daran hängen. Die Kinder jauchzen ihnen mit ebensolcher Lust entgegen, und in den Eltern lebt die eigene Jugend wieder auf. Was für ein Drängen und Treiben auf dem Christmarkt dort! Aber die katholischen Christen jener fremden Welt haben ja einen fast ähnlichen Gebrauch wie unser Christbaum, das sogenannte Nazimiento, oder Geburtsfest des Heilands, wo sie eine ihrer Stubenecken mit grünen Zweigen und Moos schmücken, mit Lichtern bestecken, mit kleinen Figuren und Gruppen aus der biblischen Geschichte füllen. Von dem Nazimiento bis zu unserem Christbaum ist aber nur ein Schritt. Und da sich auch viele Deutsche mit mexikanischen Familien verheiratet haben, so rückt unser alter lieber Christbaum mit fliegenden Fahnen in das fremde, sonst eben nicht besonders freundliche Land ein, und unterwirft sich die Staaten eine nach dem anderen. Nur in dem durch die Natur ebenso begünstigten Venezuela fehlt es noch wohl an Fichten wie Tannen, und doch bieten die mächtigen von fünf bis siebentausend Fuß hohen Berge die herrlichste Gelegenheit, sie anzupflanzen. Dürftige Kiefern keimen da wohl, aber noch haben es die Deutschen dort zu keinem wirklichen Christbaum gebracht, was aber auch hoffentlich nicht mehr lange dauern soll. Aus dem alten Thüringer Wald habe ich mir guten Samen zu Fichten und Tannen verschrieben, und wenn diese Zeilen in der Gartenlaube stehen, schwimmt er schon seinem Ziel dem fernen Süden entgegen. Dort werden ihn sorgende deutsche Hände pflegen, und in wenigen Jahren sollen die deutschen Kinder in Venezuela ebenso freudig den lieben Baum umtanzen wie daheim bei uns im alten Vaterland. Es gibt nichts Schöneres auf der weiten Welt als unser heimliches Weihnachtsfest, weil es ebenso ganz den Kindern gehört und die Eltern dabei, in ihnen, wieder ihre eigene Jugendzeit bedenken. Selbst alte Junggesellen flüchten sich an dem Abend unter die Zweige des lieben Baumes. Reue im Herzen über ein verlorenes und verfehltes Leben. Dass er deshalb fortgrüne und blühe, das echte Symbol deutscher Gemütlichkeit und ein Zivilisator, der Segen und Freude bringt, wo es ihm gelang, seine Äste auszubreiten. Ende von Deutsche Christbäume im Ausland von Friedrich Gerstecker Gelesen von Hokus Pokus Gelesen von Friedrich 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 Gelesen von Fried